München, eine Spielervor aus der Bundesliga geht zu Heidi Klum in die Schule. Katharina Maranka, 19, wurde von ProSieben als eine der neuen Kandidatinnen von Germany's Next Topmodel vorgestellt. Das Model ist die Freundin eines ehemaligen Profis vom FC Bayern München, Felix Götze, 20, vom FC Augsburg, Bruder von WM-Held und Nationalspieler Mario Götze, 26. Von Borussia Dortmund. Katharina Maranka, GNTM-Kandidatin, will nicht als Freundin von Gelten. Nur als Spielerfrau gesehen werden will das Model aber nicht. Mein Freund und ich sind noch nicht so lange zusammen. Generell versuche ich, ihn ein bisschen im Hintergrund zu halten, da es um mich geht. Ich stehe zu dieser Beziehung. Ich möchte aber nicht nur als Freundin von Gelten. GNTM-Kandidatin Katharina Maranka, noch keine Komplimente gewöhnt. In einem von ProSieben veröffentlichten kurzen Videoclip stellt sie sich als neue Kandidatin der Show vor und sagt, ich kriege teilweise schon Komplimente, weiß nur nicht. Wie ich darauf reagieren soll. Das dürfte sich bald ändern, wenn sie durch GNTM deutschlandweit bekannt wird. Ab 7. Februar beginnt die neue Staffel. Ab 7. Februar beginnt die neue Staffel. -end- Spiel auf 8.けど das machen. Am 8. Gaben,